Wie ist die Initiative Suno mitgegründet? Schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einführung und kurz vorm Essen geht es jetzt auch nochmal so ein bisschen um Essen im weitesten Sinne. Gestern war ja an der einen oder anderen Stelle wurde schon mal die solidarische Landwirtschaft oder auch Community Supported Agriculture erwähnt. Einige kennen es bestimmt auch schon. Ich bin Mitglied von der solidarischen Landwirtschaft. Das bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich E-Mails bekomme mit dem Titel Brandmail für Saales oder auch Brandmail für Saales 2. Das klingt fast wie ein Hollywood-Film mit Fortsetzung, ist aber der Aufruf zur Mitarbeit auf dem Feld von meiner solidarischen Landwirtschaft. Ich beziehe mit meiner Familie dort einen Ernteil für regionales, saisonales und biologisches Gemüse. Und gemeinsam mit anderen Anteilen wird das Gemüse wöchentlich zusammengestellt und an meine Abholstelle gebracht. Dort hole ich das dann jeden Freitag ab. Ich unterschreibe einen Vertrag für die ganze Saison und damit kann unser Gärtner Siggi ziemlich gut planen. Anfallende Kosten, Entschuldigung, wir wirtschaften nach dem Kostendeckungsprinzip. Anfallende Kosten werden budgetiert und durch die Ernteteiler dann wieder gedeckt. Allgemeiner gesagt bedeutet solidarische Landwirtschaft eine direkte Gemeinschaft von Konsumentinnen und Produzenten landwirtschaftlicher Produkte, wobei Risiko, Verantwortung und Ertrag durch langfristig bindende Verträge geteilt werden. Meine SolarWi ist eine von knapp 200 Initiativen in Deutschland mittlerweile. Tendenzen steigen. 2014 waren es noch 60. Dieses Jahr hat es das Konzept sogar bis in die Politik geschafft und wir sind im, das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, der Dachverband ist im Koalitionsvertrag erwähnt. Das war ein ganz großer Durchbruch. Die Bewegung wächst also. Warum ist das so? Was ist uns aber wichtig? Zum einen natürlich gutes Essen und eine gesunde Umwelt, aber auch Werte wie Gemeinschaft, Transparenz, Vertrauen, Mitbestimmung und Mitarbeit. Wir wissen, wer unser Gemüse anbaut und wie, nach welchen Prinzipien. Wir haben Mitspracherecht, zum Beispiel welches Gemüse angebaut werden soll und können eben aktiv auch mitgestalten auf dem Feld und in der Gemeinschaft. Für uns ist das die Zukunft, der Landwirtschaft zumindest und wir wollen mitgestalten. Wie können wir nun den Wandel in der Ernährungswirtschaft mit dem Einsatz digitaler Technologien unterstützen? Wie bei der Ernährung möchte ich auch bei der Software wissen, wo sie herkommt, wie meine Daten verarbeitet werden, wohin das Geld fließt und wie ich selbst mitgestalten kann. Werte wie Gemeinschaft, Mitbestimmung, Transparenz, Mitarbeit, Vertrauen spielen auch hier eine Rolle. Und die lassen sich aus unserer Sicht wiederfinden in Floss-Software, also Free, Libre, Open-Source-Software. Gibt es denn schon Floss-Software für SolarWies? Ob und was es gibt, wurde im Rahmen des Erasmus-Plus-Projekts SolidBase untersucht. SolidBase ist eine strategische Partnerschaft von europäischen Initiativen, die ein Trainingsprogramm für finanzielle Stabilität von sogenannten Solidarity-Based Food Systems entwickeln. Darunter fallen zum Beispiel auch SolarWies. Ein Teil des Trainings umfasst auch digitale Tools und Skills, die Solidarity-Based Food Systems nutzen, um Prozesse zu erleichtern. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, ja, es gibt solche Initiativen in Europa, die eben Floss-Software speziell für SolarWies, um die Administration, Kommunikation und Logistik zu vereinfachen, entwickelt haben. Die unterscheiden sich teilweise im Hinblick auf den Funktionsumfang, länderspezifische Ausrichtungen, aber auch SolarWie-Typ. Die Bibliothe SolarWie ist anders, teilweise. Hier zum Beispiel, Kraschett und Amap-J sind für die französische Schwester von SolarWies, die Amap heißen. Röpanier ist das Pendant in Belgien, zum Beispiel, genau. Und Open Olitor und Jund Agriko unterstützen Modelle wie hier in Deutschland und darüber hinaus. Wir beide sind Teil von dem Team von Sunu, das ist die Tomate hier unten und wir haben Open Olitor für SolarWies in Deutschland erweitert. Wie ihr seht, entsteht gerade ein vielfältiges Ökosystem, das lokale Besonderheiten einzelner Initiativen gut abdeckt. Wenn ihr noch ein bisschen, also das ist eine ganz grobe Zusammenfassung der SolidBase-Untersuchung und wenn ihr mehr Infos möchtet, gibt es die solidbase.info. Da ist auch nochmal eine ausführlichere Beschreibung. Ja, diese Projekte hier, und es gibt sicher auch noch mehr, sind Praxisbeispiele dafür, dass die Verbindung von Bits und Bäumen sozusagen auf der Ebene stattgefunden hat und zukunftsfähige Landwirtschaft und eine freie und offene IT-Wirtschaft schon Hand in Hand geht. Genau, und wie sieht es jetzt aus, wenn wir das Ganze noch einen Schritt weiter denken? Und hier begeben wir uns jetzt mal auf ein gedankliches Experiment. Wir übertragen das Prinzip des solidarischen Landwirtschaftens auf die IT, nennen wir es mal Community-Supported Software oder solidarische IT-Wirtschaft. Dann brauchen wir eine Gemeinschaft an Entwicklerinnen und Unterstützerinnen und Anwenderinnen. Es wird berechnet, was für die Nutzung der Software an personellen und physischen Ressourcen gebraucht wird. Das wird in einem Geldwert definiert. Dieser wird auf die Gemeinschaft verteilt, sodass die Kosten gedeckt werden. Dann bauen die Entwickler und Entwicklerinnen ein Produkt und lassen es sozusagen zur Erntereifen. Dann nutzen wir das Produkt, tauschen uns darüber aus und entwickeln das in der Gemeinschaft weiter. Jetzt gehen wir mal vom gedanklichen zum praktischen Experiment. Und wie Carolin eingangs erwähnt hat, passen wir von Suno Open Olitor für die Bedürfnisse von Solavis in Deutschland an. Die Software Open Olitor wird aktuell über Fördergelder und durch ehrenamtliche Arbeit gestemmt. Das ist also wie, als wenn wir eine neue Solavis gründen würden. Die Gründung einer neuen Solavis erfordert am Anfang gegebenenfalls auch die Aufnahme eines Darlehens, um Land und Geräte zu erwerben und viel Engagement. Dann geht es darum, das Feld zu erhalten und nachhaltig zu bewirtschaften. Gleiches gilt für die langfristige Nutzung der Software. Und dafür bauen wir jetzt eine Gemeinschaft von Entwicklerinnen auf der einen Seite und Anwenderinnen auf der anderen Seite auf. Die einen kümmern sich um den Code und dessen Instandhaltung und Weiterentwicklung. Das ist bei Open Olitor der Verein. Sie bestellen also sozusagen das Feld. Die anderen schließen sich in einer oder mehreren Hosting-Gemeinschaften zusammen. Mehrere Solavis, die sich eben gemeinsam das Hosting teilen, also die Ernte verarbeiten. Und an dem Punkt befinden wir uns gerade. Ja, und was sind die Herausforderungen, beziehungsweise ein paar davon? Zum einen natürlich die Übertragbarkeit des Prinzips solidarische Landwirtschaft auf die IT. Es gibt ja in dem Sinne keine Saison und, naja, Software ist auch nicht Gemüse. Eine weitere Herausforderung ist auch die optimale Einbindung der ganzen Akteure. Ein riesengroßer Mehrwert wäre natürlich, wenn der Landwirt oder die Gärtnerin direkt auf dem Feld schon eingeben kann, was geerntet wurde und es ins System einträgt und ich dann am Donnerstag schon weiß, was ich am Freitag für Gemüse abholen kann. Genau, und Solavis arbeiten gemeinschaftlich und die Kommunikations- und Abstimmungsprozesse sind folglich sehr intensiv. Solavis können diese komplexen Organisationssoftware, kann diese komplexe Organisationsstruktur abbilden, aber Software führt nicht zu einer Vereinfachung. Erst die Vereinfachung der Organisationsstruktur erlaubt es auch, dass die administrativen Aufgaben reduziert werden können. Genau, ja, danke für eure Aufmerksamkeit und die Frage ans Publikum, experimentiert ihr vielleicht auch? Habt ihr Tipps oder Anregungen? Und im Sinne der Konferenz, wir freuen uns auf den Austausch und darauf das System ein bisschen zu stören. Vielen Dank an Carolin und Christina.